einen wunderschönen guten tag meine lieben und willkommen zur fünften folge von gta 5 auf jeden fall wir stehen gerade vor mein so wir stehen vor meinem nachtclub und heute treten diese folge dreht es auch um meinen nachtclub und um die fahrzeuge die in meinem nachtclub stehen zum Beispiel die zwei LKW ist der kleine Transporter und mein Terabyte die werden heute auch modifizieren auch noch machen in einer Folge so und dann kommen dann auch noch geht ja auch folgen natürlich aber nicht wo ich mir was kauf oder so vielleicht sondern Vorbereitung und ich mache kurz die Vorbereitungen und wir sehen uns dann nach einem kurzen Kratz-Videos so Leute die Anlage holen ich mit euch hier zusammen die Mitte ab und habe ich gerade allein abholt aber die Anlage wo ich jetzt nur durch zusammen ab und einmal ich kann schon mal Mechanik haben wo ich mit Autor das soll mir irgend eins bringen schon egal wer es ist ich bin der nächste 80 was kommt drüge den jahr 7 Kilometer. So Leute, ich hab die Fahrt für euch übersprungen. So, weil wir keiner sehen will, wie ich hier 7 Kilometer fahre. Auf jeden Fall sind wir jetzt da. Ich find das so cool. Hallo, ich will auch Party feiern. Zum Tag. Aber auch uns, uns Party, na geil. Tschüss. Steinme mal kurz eure Maschine. Bis später. So Leute, ich übersprungen wieder die Fahrt für euch. Bis gleich dann. So, und schon bin ich wieder da. Der Typ wollte immer noch nicht runtergehen. Ah, jetzt ist er in die Schritte gefallen. Nein. Oh nein, ich will diesen Kopf nicht verlieren. Das hab ich schon mal. Ich will diesen Kopf nicht verlieren. Bis die ganze Zeit froh ist es gefallen. An jedem Tunnel Umweg gefahren. Oh, alles hat alles geklappt. So. Und einmal rein da. Nein. Das nicht. Oh, okay. Und einmal rein da. Ich schaff ja eine Musikanlage und das Personal. Jetzt kann die Party abgehen. Ich schaff ja eine Musikanlage. Ich schaff ja eine Musikanlage. Ich schaff ja ein Schatz. Ähm. Wo. Ich schaff ja immer noch ein Schatz. Ich schaff ja ein. Ich schaff ja immer wieder rein. in der nächsten in der nächsten folge kaufen wir uns das hier alles ok jetzt ich komme uns als in der nächsten wir wollen jetzt und besucht den Fahrstuhl Marschus jetzt raus ist die Folge geht schon 14 Minuten also die Runderteid schien und vor allem nur von der noch ganz viele Sachen Reise Lagerhaustechnikern, die Verwaltung dieser Güter zu, um die Lagebestand im Laufe der Zeit, kaufe für die Organisation und Motorradfahrt verfügbare Unternehmen und schließe die Vorbereitungsmission ab, um Zukunft auf folgende Güter zu erhalten. Reise Lagerhaustechnikern einzustellen, um Verbesserungen zu kommen und die Produkte erhöhen oder deinen Lagerbestand an Gütern zu verkaufen. Da das Auto meinst, dass wir ihn auch noch aufmotzen. Mit dem Auto muss es nicht verkaufen, nämlich immer alles und dann muss es auch gut geponzert sein. Okay, kann man jetzt hier mal machen, bitte? Dankeschön. Okay, mein Terro weiß ich hier nicht, aber egal. Ich kann jetzt tunen. Hallo, Jungs, für tunen. Achso, man muss einstellen. Ich bin nicht schön, ne? Ah, wie du sagst. Für schwere Panzerplätze. Motor, Lichter. Machen wir grau. Nur ein Schild. Ich meine eh nicht, aber egal. Dach. War noch gestachelt. Das muss super geschützt sein. Fettwaffenreihen, Mini-Gans, Rackenwerf, oder Rackenbatterie. Ich nehme die für Gefängerschütze, Rackenbatterie. Reifen. Okay. Fahrzeug verlassen. Dann haben wir das schon getunt. Haben wir das schon getunt. Panzerplatten. Rämmlinge. Motor. Lichter. Tür. Hier rum. Schil. Matz. Getriebe. Turbo. Einjahrungsminen. Hinwerfer. Maschinengewehr alles Reifen ich wusste es ja sonst nicht ok hat sie verlassen jetzt schnell immer ein kleines und dann müssen wir nur noch zu Terabyte und dann war es das für diese heutige Folge E Panzer Händen Fakierung dann das auch schwarz Getriebe Turbo Waffen Waffen Anerungsminen Und was nehme ich hier? Oh, Fängstelte. Reifeln. Fenster. Okay, das war's. Das war's. Fahrzeug verlassen. Ich bin nur noch. Ich habe mich nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr. Und einmal einsteigen. Und E. Panzerung. Bremsen. Motor. Scheinwerfer. Ummannschild. Parkierung. Weiß-Schwarz. Federung. Triebe. Turbo. Reifen. Und Fahrzeug verlassen. Und damit würde ich sagen. Das war's mit dieser Folge. GTA 5. Wenn es euch gefallen hat. Gebt einen Daumen nach oben. Vergesst mich nicht zu abonnieren. Und die Glocke drückt. Wenn ihr keine Videos mehr verpasst. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video. Und tschau. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. die Ere�er haben will ihn auch olabilir. Du sagst, das ist sicherer.